Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier an diesem Freitag, dem 22. Juni 2018. Ihr hört die letzte Folge der 300 Reihe, 399 der Geek Talk Daily und ich heute die folgenden Themen für euch dabei. IGTV, Viva, Facebook Messenger, Facebook Gruppen, Digital Key, Apple Pay, Brian Kranich, Kürzanich, wie man ihn immer ausspricht, VR und AR, AirPower und Android Auto. Und ich habe heute ein bisschen schneller zu reden, denn zum einen viele Themen mit dabei und zum anderen nur noch ganz wenig Auphonic Guthaben, bevor wir es wieder auffüllen dürfen. In diesem Sinne beginne ich doch gleich mal mit dem allerersten Thema, das ich eigentlich hätte gestern schon reinnehmen sollen, hätte ich dann ein bisschen später aufgenommen. Aber gestern habe ich direkt nach der Geek Talk News Folge aufgezeichnet und die News zu Instagram TV kam ein bisschen zu spät für die Folge. Auf jeden Fall, wer es noch nicht mitbekommen hat, jetzt macht Instagram nicht nur Snapchat-Konkurrenz mit der Story-Geschichte, sondern auch YouTube. Denn ab sofort kann man bis zu 90 Minuten lange Einheiten an Videos in Richtung Instagram hochschießen. Das Ganze ist zu konsumieren über eine separate App, wenn man dann möchte und das richtige Betriebssystem hat. Aktuell gibt es das für Android, iOS wird folgen. Auf jeden Fall kann jeder einen Account quasi in Instagram TV erstellen mit dem eigenen Account, da seine Videos hochladen und dann auch verteilen. Die Leute, die euch folgen können, schauen und andere auch und so weiter. So wird sich das entwickeln und wir werden sehen, wo Instagram so in den nächsten zwei, drei Monaten und sicherlich bis Ende des Jahres ist. Und ich bin da extrem gespannt, wie auch Google nachziehen wird. Denn ja, wie filme ich jetzt? Hochkant oder querkant? Ich habe gestern auf dem Account bei mir selber, ich werde noch einen Link setzen, ein Instagram-TV-Video gemacht mit meinen Töchtern. Meine große ist YouTube-Fan, meine kleine Instagram-Fan. Und Papa darf jetzt in beide Richtungen filmen. Ich sehe mich schon in die Richtung, dass es geht. Auf jeden Fall, nicht nur ich bin natürlich auf diesem Instagram, auch der Achim, der Link setze ich auch in die Shownotes mit rein. Und auch das Pogipsi Network hat einen eigenen Instagram-Account. All diese habt ihr in den Shownotes zu der heutigen Folge 399. Aber jetzt, wie gesagt, es geht vorwärts. Viva, liebe Kinder, bevor es YouTube gab, haben wir Viva, MTV und solche Geschichten geschaut. Und dass es diesen Sender noch gibt, wusste ich gar nicht. Seit 1993 läuft das Ganze damals auch... Oh, wer war da? Stefan Raab kam näher nicht aus diesem Sender heraus. Auf jeden Fall war das die deutsche Version quasi von MTV. Und genau wegen dem stellt man das Ganze ein. Nämlich um Comedy Central und MTV zu stärken, wird jetzt per Ende Jahr Viva eingestellt. Ja, kurze Schweigeminute für diejenigen, die es vertragen oder mögen und brauchen. Und ich gehe weiter zu Facebook. Da gibt es nämlich jetzt im Messenger nächstens Bewegtbild. Werbung. Ih, pfui. Etwas, was eigentlich hieß, dass es nie so geben wird, kommt jetzt halt dennoch. Und ja, für mich ein weiterer Dings, weshalb ich diesen Messenger nicht unbedingt mag. Aber du, wenn die Werbung gut ist, und das ist sie bei Facebook in meinem Fall zumindest meistens, ist es ja nicht mal so störend. Dennoch, im Messenger-Werbung, wie seht ihr das? Lass es uns doch wissen. Kommentare, Social Media, E-Mail, wie ihr mögt. Weiter geht es mit Facebook-Gruppen. Da kann man schon seit einem Weilchen Geld verlangen, um eine Gruppe beizutreten. Damit man auch der Betreiber der Gruppe ein bisschen was davon hat. Das Ganze ging bis jetzt über externe Dienste. Da lässt sich Facebook nicht mehr in den Kuchen schneiden, sondern möchte da mitnehmen und bietet ab bald schon eine eigene Möglichkeit an, um eben solche Gruppen bezahlpflichtig zu machen. Bin mal gespannt. Der Digital Key 1.0 ist draußen. Standard verabschiedet. Per Anfang neuen Jahres wird schon die Version 2.0 verabschiedet. Doch, was ist das genau? Die Großen haben sich zusammengetan. Audi, BMW, General Motors, Hyundai, Mercedes, alle möglichen sind dabei. Auch bei den Smartphone-Herstellern. LG, Samsung ist mit von der Partie und man höre und staune Apple. Wer nicht dabei ist, ist zum Beispiel Google. Die basteln sicherlich was Eigenes. Oder sind dann bis 2019 vielleicht doch dabei. Aber das ist das genau. Es geht darum, mit NFC über euer Telefon euer Auto freizuschalten, aufzuschliessen, den Motor zu starten und solche Geschichten. In Zeiten, wo ein jeder sein Smartphone immer dabei hat, kann man natürlich auch einen Schlüssel ersetzen. Wir haben schliesslich auch die Kamera ersetzt, die Videokamera, das Adressbuch. Alles haben wir ersetzt mit diesem Smartphone. Da kann man auch den Schlüssel noch dazu nehmen. Man könnte diese Woche fast meinen, es vergeht keine Folge ohne Apple Pay. Und auch so ist es heute wieder. Denn letzte Woche kam Ukraine dazu. Am Dienstag war es Polen. Gestern habe ich Norwegen verkünden können. Und jetzt gibt es schon Neuigkeiten, dass nächstens schon die Tschechei folgen wird mit dem Dienst. Und ja, dann geht es weiter in Europa und auf der ganzen Welt mit dem Bezahlen über das Smartphone. Bei Intel hat man einen Mitarbeiter, der seit dem Jahre 1982 bei Intel mit dabei ist. Seit 2013 der CEO ist hochkant quasi rausgeschmissen. Grund war eine Affäre mit einem anderen Mitarbeiter aus Intel. Und das dürfen laut Richtlinien des Unternehmens Managers, die bei Intel beschäftigt sind, nicht tun. Das gibt es ja in diversen Firmen, dass es solche Bestimmungen gibt. Und ja, nachdem das Ganze aufgedeckt wurde, hat der Angebot, sich zu verabschieden. Jetzt wird nach einem Nachfolger gesucht. Da kommen natürlich sicherlich jetzt in nächster Zeit ein bisschen Gerüchte auf. Wer wollte ihn loswerden? War das wirklich nur eine Liebschaft oder kam da auch anderes ins Spiel? Ziemlich unschön. Aber ja, manchmal tut ein Wechsel vielleicht auch gut. Vielleicht auch bei Intel. Microsoft hat verlauten lassen, dass sie VR-Pläne für die Xbox One begraben werden. Man hat immer wieder mal ein bisschen rumgespielt, ausgetestet, probiert und so weiter. Hat nicht wie der Mitbewerber Sony, die eine verstaubte oder mittlerweile bei vielen verstaubte Brille auf den Markt geschmissen haben und dann mangels an Spielen und Content nicht mehr wirklich gebrauchten Brille aufgesetzt und hat das Ganze rausgebracht. Nee, man hat ein bisschen abgewahrt, einiges ausprobiert und gemerkt, nee, es geht doch nicht ganz so. Mal schauen, was da noch kommt in Zukunft. Und ja, die nächste Hardware, zumindest bei der Xbox, ist ja auf 2020 angekündigt. Das dauert noch ein bisschen und wer weiß, wer weiß. Vielleicht ändern sich auch Meinungen und Richtungen. Die Apple AirPower-Matte, die wurde schon lange, 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 lange angekündigt und kam nicht auf den Markt. Der Grund, hat Apple jetzt bekannt gegeben, und das haben ja viele auch vermutet, sind Produktionsprobleme. Und da macht vor allem der Chip, der zwischen den ganzen Sensoren sitzt oder der Möglichkeit sitzt, wo aufgeladen wird, der ein bisschen Probleme macht, denn der soll dazu zuständig sein, dass die einzelnen Ladematten oder die Ladekonnektoren nicht überhitzen. Das wäre ja nicht unbedingt sinnvoll, wenn sowas passieren würde und würde dein Produkt auch schaden. Und das ist komisch, denn Apple zeigt ja eigentlich Produkte erst dann, wenn sie ziemlich fertig sind oder in letzter Zeit auch ein bisschen später dann rauskommen. Aber zumindest nicht so früh wie andere. Und hier hat man anscheinend wirklich halt einfach zu früh gezeigt. Apple möchte noch viel mehr in dem Bereich machen und das hoffe ich ja auch und das hoffe ich auch bei vielen anderen Herstellern, denn drahtloses Aufladen ist sowas von praktisch und genial. Wir werden es sehen. Per wahrscheinlich der iPhone-Vorstellung kommt dann die Matte dann doch auf den Markt. Wir dürfen uns freuen für diejenigen, die sich nicht schon anderweitig eingedeckt haben. Google Maps in Android Auto hat eine neue Funktion bekommen. Ist nicht viel, aber sehr praktisch. Bis jetzt, wenn man sich hat navigieren lassen, hat man die typische Karte gesehen mit diesen gelben Strichen, roten Strichen etc. Jetzt kann man den Satellitenmodus freischalten. Und somit kann man deutlich besser navigieren, wenn man irgendwo ist und ein bisschen tricky das Ganze ist, nicht vom Fleck kommt. Dann sieht man nämlich die Häuser ein bisschen besser und so weiter. Kann man kurz und das ist ganz wichtig, auf die Seite fahren und das Ganze anschauen und dann entsprechend danach navigieren. Das waren es die ganzen News, die ich heute für euch zusammen habe. Ging schneller, kommt in dem Fall auch auf Phonik durch. Und somit kann ich euch noch in aller Ruhe ein schönes und erholsames Wochenende wünschen. Und bevor das soweit ist, natürlich noch einen erfolgreichen und einen angenehmen Freitag. Arbeitet nicht mehr zu viel und dennoch erledigt die Kleinigkeiten, die noch da sind, damit ihr dann am Montag ruhig und gemütlich in die neue Woche starten könnt. Dann ist der Achim wieder für euch da und wir starten in die 400er. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.